hey freunde willkommen zurück zuletzt mit minecraft die playstation 4 edition ganz kurz so eine neue aufnahmsession ist es und ich sehe mein inventar ist ganz anders angeordneten das liegt eindeutig daran dass unser update haus verbessert wurde ihr seht da schon was er hatte als nächstes wird nicht verbessert ist was neues hinzugefügt was wir natürlich dank dieser wunderbaren welt die schon über fast zwei jahre existiert seit mai 2017 nicht mehr bekommen können und diese sachen sind im neuen update haus drin und ihr seht auch schon hier bambus wächst hier ja und jetzt schauen wir mal in die kiste wir haben hier erstmal 36 bambus dann haben wir hier zwei zauberbücher mit treue die können wir nämlich auch nicht erhalten weil diese kisten die sind ja eigentlich von dem aquatic update schon aufgetaucht dann hier trank des sanften falls ja dann haben wir hier ein paar katzen ja ein paar pandas und wir haben mob spawner das ganze kann ich jetzt allerdings nicht mitnehmen deshalb lassen wir das mal hier drin das bleibt auch einfach mal da hängen so wir sind gerade dabei unser survival projekt zu bestreiten hier ihr wisst was das heißt wir haben jetzt katzen und mit diesen katzen können wir auch 13 neue katzen hinzufügen denn von denen kann ich auch die halsbänder färben ihr wisst alle was das heißt wir bekommen dann anstatt rudy bekommen wir noch rudy ruder dann bekommen wir hier schieler sonner klein ruder junior genau kacka krasser anstatt doggy nehmen wir dann dann tatsächlich oma ja omi und oma hier uroma müller also mit a müller walder und worter und schafer ja so heißen dann unsere neuen katzen so unser projekt ist ja momentan dass das projekt ist schon fertig schon lange ja das war das eisschloss hinten und hier erstellen wir jetzt die berg base berghütte namerberg so ich weiß gar nicht wo wir das letzte mal stehen geblieben sind ich habe auf jeden fall das texture pack wieder gewechselt wie man sieht und genau hier ja ich habe kein holz mehr jetzt springt natürlich meine katze hier noch vor mir entlang hier immer wieder zurück so wie man erstmal wieder neue holzbretter so ich habe ja immer noch gott wie ok das reicht jetzt erstmal damit machen wir jetzt erst mal das hier was also bedeutet dass ich hier die band mache das heißt drei und dann kommt die halbe wand ja das wäre dann eigentlich hier halbe wand habe ich gesagt dann haben wir erstmal die wände hier gerade da geht es dann wieder weiter ich glaube dann hier oben war es das erstmal mit der berghütte dann geht es ein stockwerk runter das kann natürlich auch dann hier ein stockwerk runter machen da hinten gibt es ein stockwerk runter stockwerk die neuen stockwerk feuerwehr stockwerk den namen gibt es tatsächlich ich weiß gar nicht ob sie geht feuerwehr stockwerk schreibt es mal in die kommentare wenn er das kennt ist das feuerwehr dann symbolik der youtuber löcher im boden äh genau das ist der boden es ist so dunkel hier machen wir dann wieder Fenster rein oder obwohl hier könnten wir so eine Terrasse doch machen oder oder machen wir die auf der anderen Seite wir können ja Gott sei Dank fliegen dann kann ich ja gerade mal schauen jetzt hier die Terrasse rein machen ja ja das wird nicht gut ja dann machen wir die Terrasse hierhin das wird dann die Terrasse aber nicht das ganze hier jetzt mal schauen wie das Fenster hier ist alles in zwei hoch das Fenster habe ich das das fährt nicht letztens getötet jetzt machen wir noch so kommt jetzt hier das Fenster hin beziehungsweise die Alkontür so ist das gut jetzt muss ich gerade hier hinten schauen an der Fenster gab es nicht ne ne wir haben es so gemacht hier haben wir das ist da der Berg hinter ja ich glaube das ist der Berg ok wenn da diese Fenster sind da ist so ein Fenster machen wir hier ein ganzes Fenster das Holz das geht einfach so schnell vorbei wir haben jetzt hier schon zwei 64 64 Sticks verbraucht Moment mal was nee das bleibt doch frei dann mache ich hier auch so ein kompletter Stein Boden das sieht eigentlich ganz nice aus da musste ich die Steine extra noch im Ofen pflegen wollte ich gerade sagen oh verdammt das ist ein großes Loch ich gehe erstmal gerade nach hause und ich muss mal die Steine wir haben einen extraen Weg den müssen wir auch mal verwenden verwende ich nie lauf nach hause kleines Kind so wie sieht das da hinten schon aus und der Bombus da ist das jetzt schon schön habe ich gerade Bombus gesagt Bombus Bombus ach Gott aber das sind immer noch die alten Katzen und jetzt an den Halsband wir haben ja genug Öfen da ist noch was drin oder ne tue ich hier erstmal so ein ganzes Deck rein hier tue ich dann die vier rein da tue ich noch ein ganzes Deck rein dann das hier teile ich mal auf das kommt da rein das kommt auch noch gerade da rein den machen wir den Deck rein teile ich das noch auf das gibt auch noch rein sehr gut sehr gut das geht gut dann nehme ich das hier gerade mal mit das hier nehme ich auch mal gerade mit und dann nehme ich das dann noch mit das fällt mir jetzt auf wir können unser schwert zum ultimativen schwert machen aber dazu muss ich kurz hinten zum haus habe ich hier zufällig das schwert und das wenn ich die alle zusammenfüge dann bekommen wir ja das master schwert nein nicht das ausgleich noch selber moment hier ist doch noch ein zweites ganz schön so jetzt pass auf bam und bam jetzt bekommen wir fünf aber wenn ich das tauschen okay auch noch fünf jetzt bekommen wir dann eigentlich schärfe 4 was genau das ergibt auch wirklich einen sinn schärfe 3 plus schärfe 1 ergeben gleich schärfe 3 nee das ist bestimmt um es zu reparieren dann mache ich aber das da das geht nicht das geht nicht warum geht das nicht hier drin geht das auch nicht ganz toll das habe ich alles umsonst gemacht jetzt ganz schnell wieder hier hin in der pc-version gegen das so waren wir jetzt schwer da müssen wir jetzt rein das da und das da das ist meins so das mache ich gerade mal hier rein die samen die ich gefunden habe kommen da rein und den rest brauchen ich glaube ich wieder das hier kommt als erstes mal weg das hier kommt als erstes mal weg dann gut da darf ich noch eins diese müssen auch natürlich schön ausleuchten dass ich jetzt hier eigentlich noch gar nicht so richtig gemacht habe da kommt eine fackel hin da kommt eine fackel hin ja gut dass da reicht wenn ich das mal weg mache da 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 das projekt ist einfach zu groß sie werden so viel stein brauche ich doch gar nicht hör auf hör auf hör auf hör auf hör auf hör auf und gibt das nicht her wenn ich nichts mehr habe ich brauche und ich glaube es darf mal wieder ein hund mitkommen lange haben wir was macht ihr denn da so sand wer passt denn zum sand rudy nein er auch nicht kleiner und junior kacki mülli ach komm wir nehmen mal die sehr unbeliebten hunde wer ist denn der unbeliebteste hund von allen uromi nee quasi nee nee das ist waldi da ist quasi kacki nee ich würde fast sagen chili oder mülli wir nehmen mal chili mit so ich brauche sand wo finden wir denn hier sand den ich abbauen darf von mir selbst aus gehen da will ich nicht ab das islam vielleicht irgendwo hinten du kommst schön mit ich bin ich sehr schön chili ist übrigens der hund meiner tante die flüchtesten sucht das jetzt da da kann ich abbauen das fällt keinem auf was guckt ihr denn so nach oben meine katzen rasten aus die höhle auch tatsächlich hallo ach Gott geht's doch irgendwann gehen wir da vielleicht mal rein ich hatte gerade versteht ein endermann so okay das muss ja jetzt bereichen genau 64 so chili kommt mit chili der guckt doch nach oben der hat doch ah jetzt guckt dann mal nochmal jetzt guckt ja mal nochmal aber sie sind jetzt meinen und zurück das lag dem allein in den doch wenn ich will erst mal sagen ich warte hier ein bisschen und in der nächsten folge geht es dann weiter hier bei let's play minecraft die playstation 4 also bis zunächst mal da fehlt immer noch der kopf nicht halt da da wollten wir ja mal ein creeper kopf hängen aber da wir selbst ein creeper sind wollte ich noch mal ein menschen kopf hängen und dieser menschen kommt den nieder hingegen ja bis zum nächsten mal bis dahin und schau